Die Stoiker wurden nach der Stoa, einer bunten Säulenhalle auf Zypern, benannt, die Zenon von Kition als Ort seines Unterrichts diente. Die Wirklichkeit ist nach der stoischen Auffassung körperlich ebenso die Seele. Aus dem Urfeuer hervorgegangen bildet sich die Welt und vergeht wieder im Urfeuer, um erneut zu entstehen. Die Stoiker haben somit eine zyklische Geschichtsvorstellung. In ihr materialisiert sich Gott als Feuer. Die Natur ist Vorbild moralischen Handelns und Naturrechte gelten zu allen Zeiten für alle Völker gleichermaßen. Die Natur ist eine vernünftige Ordnung. Alles, was geschieht, ist vernünftig und dient einem Zweck. Das gilt auch für das Leben des Menschen. Die Erkenntnis des Schicksals wird jedoch durch die Affekte getrübt, die es deshalb zu bekämpfen gilt. Das höchste Gut ist ein Leben in Gemütsruhe. Die sprichwörtlich gewordene stoische Gelassenheit bestimmt das von Affekten freie Leben des Weisen. An unserem Modell ist der Grundgedanke der stoischen Haltung anhand eines Spruches von Seneca illustriert. Den Willigen führt das Schicksal, den Unwilligen reißt es mit sich fort. Darunter ist das Urfeuer als stofflich zu denkende, göttliche und vernünftige Kraft abgebildet. Aus ihm entsteht die Welt und vergeht wieder in dieses hinein. Das Urfeuer durchzieht, formt und determiniert alles kraftfeldartig. In der Logik bemühen sich die Stoiker um eine Erweiterung des Wahrheitsbegriffs. Die zwei beweglichen Zylinder in unserem Modell ergeben die Schlüsse der stoischen Aussagenlogik. Aus jeweils zwei Prämissen folgen Schlussaussagen. Dabei sind P und Q Aussagen, die entweder wahr oder falsch sind. Die Aussagen P und Q sind als Mann und Frau dargestellt. Stehen sie, so sind die Aussagen wahr. Liegen sie, so sind sie falsch. Unser räumliches Modell zur Aussagenlogik stellt die Einzelaussagen P und Q ebenso als Frau und Mann dar. Sein Aufbau entspricht einem Koordinatensystem. Die horizontalen Achsen beschreiben die Wahrheitswerte der Einzelaussagen. Die vertikale Achse gibt den Wahrheitswert der Aussageverbindungen, wobei manche durch die Wahrheit der Einzelaussagen, manche durch deren Falscheid definiert sind. So ist zum Beispiel die Exklusion, sprachlich durch entweder oder ausgedrückt, genau dann falsch, wenn beide Einzelaussagen wahr sind. Sie ist hier als Ringkampf dargestellt, weil eben am Schluss zumindest eine Figur am Boden liegt, also falsch ist. Die Aussageverbindung darüber, die Konjunktion ist genau dann wahr, wenn beide Einzelaussagen wahr sind, darum als Liebespaar dargestellt. Die Erkenntnistheorie der Stoiker ist ebenfalls materialistisch. Jede Erkenntnis beruht auf Sinneswahrnehmung, also auf Empirie. Ein neuer Sinneseindruck bewirkt einen Abdruck auf der materiellen Seele, die bei ihrer Geburt noch wie eine leere Tafel, eine Tabula rasa war. Bei mehrfachen Eindrücken verschiedener Sinneseindrücke können so unter Umständen auch sogenannte Eindruckskombinationen entstehen, vergleichbar in etwa mit den abstrakten Begriffen. Folglich verändert die Wahrnehmung den Zustand unserer materiellen Seele. Zenon von Kition erblickte 336 vor Christi das Licht der Welt und war ein Schüner des Königers Krates, bevor er in der Stoa eine eigene Schule ins Leben rief. Seine Vorträge fanden selbst das Interesse des makedonischen Königs und viele Schüler strömten ihm zu. Einer von diesen, Kleates, war ursprünglich Faustkämpfer und verdiente sich, während er bei Zenon hörte, seine Nahrung nachts durch Wasser tragen und Teig kneten. Kyzyb, um 281 vor Christi geboren, gab dem klassischen System der Stoa seine größte Geschlossenheit. Er soll im Ganzen 705 Bücher verfasst haben. Täglich 500 Zeilen waren die Regel. Die wichtigsten Vertreter des späten römischen Stoiker-Schule sind der im Jahr 4 vor Christi geborene Seneca, der ehemalige Sklave Epiktet und der im 2. Jahrhundert nach Christi herrschende Kaiser Mark Aurel. Sie wandten sich hauptsächlich den ethischen und lebenspraktischen Fragen zu. Sie haben die